Du bist genervt davon, dass der Raid mit internationalen Randoms ständig scheitert? Dann habe ich hier vielleicht die Lösung für dich. Wenn du nette deutsche Mitspieler suchst, hast du mindestens 5 Möglichkeiten. Bei allen diesen Möglichkeiten ist es generell wichtig, dass du die Plattform nennst, auf der du spielen möchtest. Die erste Möglichkeit, die du hast, ist die deutsche Ghost Recon Breakpoint Facebook-Gruppe, in der ich mittlerweile auch Moderator bin. Nach deinem Beitritt kannst du ganz einfach einen Beitrag mit deiner Anfrage erstellen. Hier finden sich fast immer Leute, die mitspielen möchten. Eine andere Möglichkeit ist der Ghost Recon Community Discord Server. Hier wird generell Englisch geschrieben, aber du kannst trotzdem im entsprechenden Kanal auf Englisch nach deutschen Mitspielern suchen. Zum anderen gibt es auch noch unseren Discord Server. Hier kannst du im Kanal Spielersuche LFG nach Mitspielern suchen. Ich bin ganz ehrlich, die Antwortrate ist derzeit noch relativ niedrig, aber ein Versuch kostet ja nichts. Und je mehr Mitglieder auf unseren Discord Server kommen, desto mehr steigt die Chance, entsprechende Mitspieler zu finden. Eine vierte Möglichkeit ist das offizielle deutsche Ghost Recon Breakpoint Forum von Ubisoft. Hier gibt es ein eigenes Unterforum zur Spielersuche. Hier musst du auch nicht deine Plattform dazu schreiben, denn die kannst du vorher auswählen. Und wenn wir schon bei Foren sind, auch auf Reddit kannst du Mitspieler suchen. Hier hast du mehrere Subreddits zur Auswahl. Zum einen das offizielle Ghost Recon Subreddit, zum anderen das offizielle Ghost Recon Breakpoint Subreddit und schließlich das inoffizielle Ghost Recon Breakpoint Subreddit. Bei allen diesen Subreddits ist die generelle Sprache Englisch. Du kannst aber, wie auch schon beim Ghost Recon Community Discord, einfach auf Englisch nach deutschen Mitspielern suchen. Links zu allen genannten Möglichkeiten findest du in der Videobeschreibung. Wenn du Fragen hast, stell sie mir gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns.